Die BenQ ScreenBar ist eine Schreibtischlampe der besonderen Art. Gemacht, um das Arbeiten am Bildschirm zu verbessern und designt, um unsichtbar zu sein. BenQ hat sich mit dieser E-Reading-Lampe selbst die Aufgabe gestellt, ein Produkt zu entwerfen, welches einerseits mehrstündiges Arbeiten am PC angenehmer und augenschonender machen soll und andererseits auch möglichst keinen Platz am Schreibtisch einnehmen soll. Dabei herausgekommen ist diese LED-Leuchte und BenQ hat mich gefragt, ob ich mir die Lampe nicht mal für euch ansehen mag. Und genau das habe ich auch getan und möchte jetzt meine Eindrücke und die Funktionsweise der Lampe gerne erklären. Wie bereits erwähnt, ist die primäre Funktion dieser LED-ScreenBar, das Arbeiten am Bildschirm angenehmer bzw. produktiver zu gestalten und zu verbessern. Eines der größten Probleme beim langen und intensiven Arbeiten am Bildschirm ist das Ermüden der Augen. Besonders in wenig beleuchteter Umgebung ist es für unsere Augen enorm anstrengend, Zahlen und Texte von einem hellstrahlenden Bildschirm abzulesen. Der starke Helligkeitskontrast zwischen dem Bildschirm und dem Raum führt zu einem Ermüden und somit zum Brennen der Augen. Ziel der Lampe ist es also, die Umgebung in Bildschirmnähe ausreichend hell und gleichmäßig zu beleuchten, ohne dabei störende Reflexionen auf dem Bildschirm zu erzeugen oder gar zu blenden. Durch einen eingebauten Helligkeitssensor misst die Lampe die Helligkeit im Raum und reguliert auf Wunsch so immer die optimale Helligkeit. Der Bildschirm selbst wird von dem Licht aber nicht getroffen, der Schreibtisch aber eben schon. Dies hat den Vorteil, dass der Bildschirm nicht mehr so enorm hell strahlt und es angenehmer ist, von ihm abzulesen. Das Bild geht tendenziell mehr in die Richtung eines Kindle-Bildschirms oder wird jedenfalls eher so wahrgenommen. In hellerer Umgebung fährt die Lampe ihre Leuchtkraft zurück, da diese weniger benötigt wird und reguliert diese dementsprechend bei weniger Licht auch wieder nach oben. Man hat jedoch selbstverständlich auch die Möglichkeit, die Helligkeit mittels touchsensitiver Tasten immer auch selbst einzustellen. Neben der Helligkeit lässt sich hier auch noch die Farbtemperatur steuern. Diese lässt sich insgesamt in 8 Stufen von sehr warmem Licht mit in etwa 2700 Kelvin bis zu sehr kaltem Licht mit 6500 Kelvin einstellen. Je nachdem, ob man bald ins Bett gehen möchte und der Körper schon mal langsam heruntergefahren werden soll oder ob man auch hoch konzentriert bleiben möchte und der Körper wach gehalten werden soll. Das besondere Design der Lampe bringt noch einen weiteren Vorteil mit sich. So ist der gesamte Schreibtisch schön gleichmäßig mit weichem Licht ausgeleuchtet, so dass man auch beim Schreiben oder Zeichnen auf einem Papier keine harten und störenden Schatten hat. Durch die Anbringung an der Oberseite des Monitors nimmt die Lampe zudem keinen zusätzlichen Platz mehr am Schreibtisch ein, was natürlich nie verkehrt ist. Ein aufgeräumter Schreibtisch trägt schließlich nicht zuletzt zu einer guten Arbeitsatmosphäre bei. Wenn man nicht darauf achtet, ist die Lampe sogar so unauffällig, dass sie im Prinzip so gut wie unsichtbar ist. Auch wenn es dunkel ist und die Screenbar leuchtet, sieht man eigentlich nur ihr Licht und die Lampe selbst kein bisschen, wobei es wiederum auch davon abhängig ist, wie groß man ist bzw. wie hoch der Monitor ist. Ist man mit der Lampe auf Augenhöhe oder höher als sie, sieht man gar nichts von ihr. Sitzt man jedoch etwas niedriger, sieht man einen kleinen leuchtenden Streifen an der Unterseite. Dieser blendet zwar überhaupt nicht, aber er ist ohne einen direkt anzuleuchten doch deutlich sichtbar. Die LED-Röhre ist in der Halterung um insgesamt 10 Grad schwenkbar, so dass man je nach Bildschirm das Licht so ausrichten kann, dass es nicht auf den Bildschirm fällt. Die Halterung selbst wird einfach aufgelegt, hält aber dank des Gegengewichts auf der Rückseite wirklich erstaunlich gut und fest. Sie ist durch ihre Einfachheit mit den meisten Monitoren kompatibel. Lediglich bei Bildschirmen mit extrem dünnen Seitenrändern kann es passieren, dass sie etwas ins Bild ragt. Dies ist aber doch eher die Ausnahme. Strom bekommt die Lampe passenderweise via eines Micro-USB-Kabels, welches man entweder direkt am PC oder an einer anderen Stromquelle anschließen kann. Dieses geht hinter dem Monitor nach unten, wodurch es von vorne kein bisschen zu sehen ist. Für wen ist diese Lampe aber jetzt? Wenn man täglich mehrere Stunden lang am Bildschirm sitzt und hauptsächlich mit Texten auf hellem weißem Grund zu tun hat, bietet diese Lampe meiner Meinung nach einen echten Mehrwert und man sollte sie sich wirklich mal genauer ansehen. Zum Filme gucken oder auch für Videospiele ist sie aber wohl eher ungeeignet. Jedenfalls finde ich sie hierfür einfach nicht so angenehm, weil ich mich gerne dann vom Bildschirm fesseln lasse und voll eintauchen möchte. Auch wenn das ein bisschen ungesünder für die Augen ist. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen guten und objektiven Eindruck über diese Lampe verschaffen und wenn dem so ist, dann würde ich mich noch sehr über eine Bewertung und ein Abo freuen. Dann bis zu einem meiner nächsten Videos. Macht's gut und Servus!